Dies ist die Geschichte von Fiona und den Babys vom Planeten Baby. Komm mein Hündchen, Fluffy, ich weiß, du bist auch müde, aber wir müssen zur nächsten Lebenssitzung aufschauen. Fiona war auf dem Weg zu ihrem Raumschiff mit ihrem kleinen Hund Fluffy. Wo ist mein Ufo? Oho, danke Fluffy. Ich bin so müde, Fluffy. Und plötzlich schließt sie ein. Raumschiff nähert sich, Raumschiff nähert sich. Fünf Meter, vier Meter, drei Meter, zwei Meter, ein Meter, zusammen. Fluffy, wir sind mit den Babys vom Planeten Baby schon zusammengestoßen. Was sollen wir denn tun? Wuhu! Alarm! Alarm! Wir wurden angegriffen, Babys. Wir müssen sofort anreißen. Was sagst du, Fluffy? Wir sollen unsere Spezialgörfer einsetzen. Wuhu! Ja! Ja! Na rechts rechts. Ja! Fiona lässt ihr Mandala ausfahren. Die Babys wurden immer müder, bis sie einschlebten. Unser Raumschiff ist kaputt. Was nun? Wuhu! Gute Idee, wir nehmen das Raumschiff der Babys. Fiona fuhr die Babys auf ihrem Planeten Babyland zurück. Ende. Vielen Dank.